und damit begrüße ich euch alle wieder recht herzlich dass er wieder eingeschaltet habt dieser mann dieser mann hat heute am 8 märz geburtstag das heißt er ist jetzt 52 wenn er 68 geboren ist ja 52 ist der gute mann der gute alte franklin geworden ich habe bisschen am schießstand ja umgeballert dass ich auf müsste eigentlich auf jeder waffe so sein ok ausgenommen ihr seid diese pistole zehn prozent zehn prozent rabats habe so ist ausschaut auf jeder waffe zwischen wir werden uns ja noch waffen zu legen aber ich finde der outfit ist erst mal wichtiger keinen gas das werden wir auf jeden fall holen kanister haben polizisten ein kanister im auto wir einiges im auto im kofferraum das weiß ich jetzt nicht ja welche pistole nehmen wir die fechtspistole würde ich nehmen oder elektroschock auf jeden fall schlagstark ganz klar eigentlich kein falsch wir werden uns auf jeden fall eine schrottflinte zu legen der sniper schlagstark er nicht er nicht und karabiner wenn wir uns zu legen und und panzer um ganz klar hey ich weiß nicht mehr wie es vorher war aber da ist zuzeit immer noch keine hauptmission gibt wenn wir uns einfach auch so eine coolne frage zeichnet fahren da rennt sie da rennt sie ne werner alles fit bei dir alles fit bei dir werner b so mit einer Frau von Apfelhauer, wenn er so gut ist, habe ich das ganze Zeig an. Ja, dann! Ich wollte Ihnen schon mal sagen, dass das Chilie in der Luft-Präsident. Ich weiß nicht, dass die Leute das ganze Job haben. Ich kann nicht glauben, dass wir das ganze Zeit haben. Ich weiß nicht, dass wir das ganze Schilie in der Luft haben. Ich weiß nicht, dass das ganze Zeit, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe nichts mehr Zeit. Das ist das ganze Zeit. Ich weiß nicht, dass ich das ganze Zeit nicht hinzuzeihe, dass wir es nicht mehr Zeit haben. Vielen Dank. Schön langsam, Kollege. Danke. Lächerlich. Das ist so lächerlich. Lächerlich. Ich glaube, ihr wisst warum. Ich dachte schon, ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich bin falsch. Ich bin falsch. J.B. 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 Ich bin falsch. Er wird das Haus. Ich bin falsch. Er ist mein Biss. Er ist mein Biss. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'm gonna show you. Come on, shit. All right, baby. Shit, shit, shit. Everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. All right, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you've always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, John has was behind us. I told you, I don't do that shit anymore. I mean, I baby doze now and again, just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Nächstes Mal bringst'n Helm mit, ne? Ich verstehe das nicht. Ist... ...den für rechts und die da vorne ist für links und geradeaus, ne? Wie die immer rennen ganz am Ende, ne? 'll... Ist so sichterlich fe... Oh, okay. Du mich auch. Du mich auch. Du hast dein Name auf, Franklin. Vehicle 29, komm in, das ist Dispatch. Wir haben eine Abandung-Karte auf San Andreas Avenue. Yo, wir sind auf das, wie ein Schmerz auf deine Mama. 10-9, komm wieder? Ich habe das nicht gesehen. Es ist Tanya, Fynn und mein Freund, Franklin. Wir sind in für JB. Moment mal. Äh, Audio. Dialogverstärkung. Hi Tanya. Carter Junker, been there for days. 10-7. Oh, gone. Ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal da machen. Ich weiß nicht, ob wir es... Oh, dieses YouTube-Click wird geil. Die... vom Controller, der kann ja auch... Äh, wie soll ich sagen? Hm. Geräusche von sich geben? Also, Lautsprecher. Lautsprecher. Dass mir das Wort nicht eingefallen ist. Ähm. Ob es mit Einbruch eingebunden wird, oder so? Ah, ich guck mal. Wenn ich's nicht vergessen sollte, ne? Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Ich guck mal, ich guck mal. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Wie? Kurzgrün ist es, ne? Wie lange es braucht, dass es kühlen wird? Tch, äh. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. 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 Mission, fehlgeschlagen. Äh, es ist hoch, ne? Ich hab's euch gesagt, auch in den Missionen. Ich hab Angst, dass die Missionen fehlgeschlagen ist. Oh, schade! Ey, Polizisten, er ist über Rot gefahren, Kollegen. Ja, nein, verfolgen. Komm schon, verfolgen, ihr sch... Das waren Praktikanten. Hahaha. Watch out, man! Oh, yeah, we're up on the night! You trip in, that ain't our car! Easy. Wir dürfen ja nicht. Ja, dann hat sich das auch erledigt, ne? Ja. Haha. Copy that hi tanya car the junker been there for days 10 7. Oh God a bucket This one should be easy. She is not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house He laying in his loss yo game sugar Except I ain't gaining shit sugar move that seat back, and you know, I'll make it right for you. That ain't what I'm saying Can you not make it here? Now that looks like the right car to you Franklin That's whack Okay, I've seen JB do this a hundred times back up close make sure the hook is down and it should slide right in I Baby back it up nice and steady Okay We are in baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going Oh Jesus So I ain't seen you around the hood much I've been trying to branch out can't stay in Chamberlain Hills forever Oh Nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was And I remember you and JB before y'all was dope head Shit changes You the one all turfed up JB smoking but he ain't smoking homies He out here grinding Towing cars pain bills For real Cause I could have sworn it was me I here for a car for you And looking damn fine doing it too baby Oh I appreciate beauty security I really appreciate ERIC talent Yeah Fuck 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 off Warum haben wir so viel Glück und nur grüne Ampeln? Ich nehme alles zurück. Es ist doch rot. Hä? Ich verstehe das nicht. Vielleicht wegen dem Schild da. Aber warum ist dann da ein Handel? Ich vergesse. Ich verstehe das nicht. Ja, für zwei. Bruder, Junge. So eine langsamen Ampelser habe ich ja noch nie gesehen, ey. Ja, Moment. Das ist ein Handel. Das ist ein Handel. Scheiße. Zeitlimit. Sie werden echt feinig, wenn wir es nicht in den richtigen Platz haben. Gib Mama was sie will. Es ist kein Schmerz, dass mein Mann wissen, wo es ist. Was ist die Scheiße? Was ist die Person? Was ist die Person? Wer ist JB? Du kannst nicht deine Augen von mir ausziehen, oder? mit michael spiel ich am liebsten weil er michael heißt so wie ich das ist der grund hm Tja, schön in die Kamera gucken, Michael, du und, ne, der soll 61 Jahre alt sein, niemals, niemals, Digga, nee, nee, never. Amanda, Amanda, du besser nicht sein, nicht in meinem Haus. Fuck you, Michael, go away. Ich paye diese 2,5 Euro für 150 Euro für meine Frau, in meiner eigenen Wohnung? Michael, go away. Bro, ich bin sorry, Mann, sie sagte, dass du ein Arrangement hast. Du und ich werden ein Arrangement haben, aber ich werde dein fucking Funeral. Ich bin wirklich sorry, Mann, ich werde die Session verraten, ich versuche. Du bist tot, Mann. Fuck, tot, komm hier. Können wir mit dem Polizeiwahn fahren? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Was so geil wäre, ne? Was so richtig geil wäre, wenn es, ähm, beim Los Angeles Customs... Alles, ähm, alles, ähm, alles was auf die Schnurz, oder? Scheiße. Bisschen Vögel-Schlangen, ich hab ihn verloren. Save, Digga. Ja, äh, ich musste ihn ja ausschalten. Jetzt sollte man so in Anführungsstrichen ausschalten. Auch wenn das Spiel, auch wenn das von Volkswagen Exos gemacht worden ist. Das geht nicht. Das ist, wie sie sagen, Straftat. Äh, in, gewissen, gewissermaßen, ne? Das ist, wie sie sehen. Where'd that slimy little white fucker go? I don't know. Oh, ich dachte da geht's runter. Warum da Hüseynews sind? Nachhüseynews? Ich weiß nicht. Michael, Mann! Du hast die falsche Idee, Mann! Hey, ich denke, dass der Welt ihnen ein Leben verdient. Da ist eine Schraube, in der背chen des Autos. Die Kabel zu einer dieser Stütze ist da. Du willst du diese Stütze runterziehen? Hey, dieser Schraube hat meine Verkaufnahme runter. Mann, du wirst wirklich so dramatisch sein? Ja, egal. Ich sagte, ich habe die Session gemacht, Mann! Es gab viele Sessionen, Mann! Ich denke, du warst mehr als nur die Hintergrund. Mann, die Hintergrund hat einen langen Weg gebracht, Mann! Manchmal wird es schwerer werden, um besser zu werden. Ja, vielleicht sollte ich da nach unten und practice meine Hintergrund. Auf deinem Gesicht! Mann, deine Energie negativität ist wirklich zu mir. Oh, ich hoffe, es ist, Mann! Wir sind zusammen, Mann! Du kommst in meine Haus, holst meine Geld, und schraubst meine Frau? Sind Sie schuldigst du mich? Ich werde meine Hande aufbauen und sagen, das war nicht cool, Mann. Mein Schmerz. Schmerz. Wie magnänisch! Ich werde dir meine Applaus geben. Du schuldigst du schuldigst! Du schuldigst du schuldigst! Du schuldigst! Und wir werden sehen, wie du magst, wenn jemand mit dir schuldigst du schuldigst! Oh, hey! Wait! Du hast die falsche Idee, Mann! Whoa! Fuck! Hier sind wir! Haha! Weißt du was passiert! Ha-ha! Dude, du bist wahrscheinlich verrückt! Oh, shit! Wir sind jetzt schon bereit! Ja, du bist das schuldigst! Ja, er wird das Schmerz. Ja, er wird das hier nemmaliert! Ja, er wird das hier schuldigst! Ja, er wird das hier schuldigst! Mann, ich denke, es ist hier schuldigst! Mann! Mann, ich denke, das Schmerz. von diesem Mann! Bist du wirklich ernsthaft? Haaah! Verdammt, wie er das magt. Wow, Mann! Verdammt ihn! Und verdammt sein! Hey, Mann! Ich denke, du hast ein bisschen mehr als ein Verdammt. Das ist ein verdammt Mann, der seine Haus auf Sand, Baby. Hey, Mann! Ich glaube, mein Mann, ich glaube, Matthew, war das Gefühl. Mr. DeSanta! Was? Das ist nicht mein Haus! Bullshit! Oh, Bro! Ich konnte einen Platz wie das. Ich bin ein Tennis Coach. Ich habe Balls für ein Leben. Ich war einfach nur da. Give me a phone! You! You! You're a dead one! Green light! Green light! Green light! Martin Madrazo! Give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Tja! Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Whoa! Whoa! Martin? Martin Madrazo? That's what you said. Damn! Dude's a kingpin, homie. And you better hope. I ain't hoping anything. Chick was hysterical. Chill out. Hey man, that's some mean looking motherfucking essays right behind you. Are you kidding me? Kid, do you do something? Yeah, 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 yeah. I'm giving it a call, man. Keep trying! Come on, kid! This is intense, dog! Shit, man! Get rid of him! Huh? You gonna do the hot world? Got one of those bastards! Uh-oh! That guy got it! Get down! Fuck! It's fine, man. I didn't kill you, man. I didn't kill you, man. I didn't kill you. we go back to my house thinking about... I beat you for... Shit! You did good. I mean, I don't know if you hit anyone, because your game's all over the place. But I appreciate the backup. Oh, thank you. Are you sure I didn't hit? Maybe go to a shooting rage and work on your aim before we go out again. Ach, laufen hier. Shit, pulling houses off the hillside? Sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. You know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Now, Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman. who was wrongfully accused of running a Mexican-American game and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up... missing. Smart Dad. Now... Michael. Got a question for you. What? Did you prove an architectural, significant, modernist, Wonderhome, down the hillside, in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuilds, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here, that their rebuilds, will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. I thought of... Yeah, Moin. Hey, am you alright? Never better. So what name? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Oh man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, alright? Alright, Della. Fuck. Shit. 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 Yeah, yeah. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael You don't sound good, buddy Tactful and charming, even in death Hey, come see me, old friend I'm living in Los Santos, just like you Marietta Heights Whoa, whoa, wait Hey, how do you... Hello? You fucker Fucking money phone You motherfucker Hi Oh oh Ich kann jetzt nicht Der will ja flüchten, der Hund Der Hund will flüchten Time to move Damn it Come on Away Oh my god Oh fuck Oh fuck You're an idiot Habe ich dann nicht gerade eine Serene gehört? Dann würde ich mal sagen, das war's mal wieder. Ich geh jetzt nicht am Ende fremd und Sonntagsschätzchen, ja, okay, geh ruhig, geh, alles gut. Ja, boom, äh, ripsch, nie. Ey. Und bis zum nächsten Mal.